Guten Tag, meine sehr verehrten Kundinnen und Kunden. Es freut mich sehr, Ihnen eine kleine Sommerselektion zu zeigen. Es ist ja deutlich wärmer geworden. Darum haben wir auch einige frischere Weinen integriert. Sowohl Weiss wie auch Rotwein. Ich war gerade in Baden mit Felix Kauf. Wir haben zum zweiten Mal schon die Haute Pertinerie besucht. Das ist ein relativ unbekannten Winzer in der Schweiz. In der Côte de Blaine, der aber in Frankreich sehr bekannt ist. Er verrauft sehr viel in der groben Gastronomie. Ich habe dann relativ schnell verstanden, wieso. Weil seine Weiss wie Sauvignon Blanc, die im Barrick vergoren sind, als Essensbegleiter gedacht, also eher auf der kalbvolleren Seite, die sind wirklich extrem gut. Also für den Preis, denke ich, ist es schwierig etwas Besseres zu finden. Die sind gleich gemacht wie die grossen, berühmten Grafe. Im neuen Barrick vergoren und auf der Hefe gelagert. Und das riecht richtig gut. Er hat zwar das Prestige nicht, aber probieren Sie es unbedingt mal. Sehr geeignet als Essensbegleiter. Eine weitere Neuigkeit, die wir entdeckt haben, ist ein Winzer aus Deutschland. Das ist Gunter Künstler. Er ist einer der berühmtesten deutschen Winzer. Und er hat für uns in Hochheim, das ist südlich von Mainz, gehört immer noch zum Rheingau, eine fantastische Füllung eines ersten Gewächs gemacht. Also wenn man einen blinden, neben einem grossen Gewächs probiert, merkt man eigentlich keinen grossen Unterschied. Ein wirklich wunderbarer Riesling. Kaltvoll, aber trotzdem sehr frisch und mineralisch. Also im Sommer ein Riesling. Ehrlich gesagt, ich kann mir nichts schöneres vorstellen. Und der ist wirklich sehr bezaubernd. Und er hat trotzdem der frische, hat eine schöne abgerundete Säure, ist im Holzfass ausgebaut worden. Das ist eine ganz spezielle Partie, die er für uns gemacht hat. Kann ich wärmstens empfehlen. Wir waren ja in Bordeaux bei der Familie Trance von Martina. Die machen ganz erstaunlich einen guten Bordeaux Rot für jeden Tag. Wir haben den 16er noch probiert und den 18er. Das sind wie um die 16 Franken, die aber vorzüglich sind. Und dann zum Schluss, zum Dessert, haben sie uns den Epi-Curea serviert. Das ist ihre Top-Cuvée von dem vermutlich besten Jahrgang in letzter Zeit von Bordeaux 2019. Im Zener. Und den haben sie eigentlich gemacht wie ein nobeles Grüt-Glasser von den besten Partien. Längere Maischenvergärung. In neuen Eichenfässern ausgebaut. Das ist ein tolles Wein. Man kann ihn bereits trinken, weil er abgerundete Tannine hat. Aber er wird sicher noch einiges zulegen. Also wenn sie einen richtig schönen, eindrücklichen Bordeaux suchen, wo aber preislich noch vernünftig ist, sind sie da sehr gut bedient. Nachher waren wir bei Chateau Broduc auf Besuch. Einen von unseren absoluten Bestseller. Der Weisswein ist ja unglaublich beliebt. Der Rosé ist mittlerweile der meiste Verkauf der Rosé, die wir haben. Aber was interessant ist, seit neuerer Zeit macht der Gavin Kinney von Chateau Broduc auch wirklich ein guter Rotwein. Das Problem ist ja häufig bei diesen sogenannten kleinen Bordeaux, dass die Reife nicht genug da ist, dass sie eher ein wenig dünn und ein wenig garstig sind. Und dieser ist das überhaupt nicht. Wir haben bereits den 2017er angeboten. Und haben im Nu gerade 16'000 Flaschen verkauft. Jetzt kommt der 2018er und der ist nochmals deutlich besser. Ich garantiere Ihnen, für diesen Preis darf es extrem schwierig sein, einen gleichwertigen Bordeaux zu finden auf dem Markt. Er hat nämlich eine erstaunliche Fülle und Kraft. Ist schön zum Trinken. Also wer einen Bordeaux für jeden Tag sucht, zum Beispiel zum Grill im Sommer, ist hier ideal bedient. Wirklich ein schöner Wein. Ausgezeichnet. Den Weiss Broduc muss ich nicht speziell vorstellen. Der 2020er hat mir etwa 90'000 Flaschen verkauft. Und das ist der absolute Bestseller. Der 2021er ist leichter, eleganter, mineralischer. Aber ich habe ihn wahnsinnig gern, weil er trinkt sich fast ein wenig flüssiger. Aber er ist nicht so voll wie der 20er. Er hat ein wunderschönes Aroma. Sauvignon Blanc Aroma. Er entwickelt sich jetzt langsam. Er braucht ein wenig länger zur Entwicklung als der 20er. Also ist immer noch nicht ganz offen. Er hat einen frischen, mineralischen Geschmack. Also ist köstlich. Wer den Bordeaux kennt, wird er Freude daran haben. Aber, wie gesagt, er ist ein bisschen leichter als der Vorgängerorgan. Der Rosé ist der Kracher, wie man so sagen darf. Er ist unser meistverkaufter Rosé im Moment. Er verbindet eine schöne Fruchtigkeit mit einem eleganten, trockenen Geschmack. Der Rosé in der Provence-Stile ist an diesem schon fast farblos und sehr leicht und mineralisch. Und da hat man eine sehr gute Verbindung gefunden zwischen der Fruchtigkeit und der sehr leichten Art von einer Provence-Rosé. Der riecht einfach vorzüglich. Man kann ihn zum Apropos nehmen. Man kann ihn zu leichten Sommergerichten nehmen. Er passt aber auch ganz erstaunlich. Der Gavin hat mir das gesagt. Ich habe es ausprobiert. Zu Currygerichten. Also zu Currygerichten. Ich wüsste nicht, was man sonst für einen Wein nehmen kann. Aber das passt vorzüglich. Dann haben wir den Les Deux Albion aus der Rhone. Die Rhone-Weisswein sind ja etwas abgerundeter, etwas voller. Und gerade der Deux Albion lebt davon, dass man ihn zum Essen nimmt. Also das ist jetzt kein Aperitif, sondern wirklich etwas, wenn Sie ein schönes Bullen haben oder einen Meerfisch oder so, müssen Sie das mit dem zusammen probieren. Und dann staunen Sie, wie plötzlich beide viel besser werden. Das ist ein absoluter Essenswein. Und das Lustige ist, der 21er haben es ja 80% Frosch gehabt. Wir haben zum Glück doch noch gewisse Menü bekommen. Also er hat uns nicht 80% reduziert, weil er mittlerweile sehr beliebt ist. Und er hat kein Vionier drin. Aber ich habe es einen der schönsten Les Deux Albion gefunden überhaupt, der bis jetzt gemacht wurde. Ein neues Weingut auch von Louis Barriol, der ja bei uns bekannt ist durch seine Chigondasse und Chateauneuf-du-Pape, ist das Chateau de Rouen. Im Prinzip ist das in der Nähe von Chigondasse und Chateauneuf-du-Pape. Es ist eine etwas kühlere Gegend, was jetzt in den Zeiten der Klimaanwärmung eigentlich sogar ein Vorteil ist. Und es sind 60 Hektar allerbeste Lagen an einem Stück. Und ich bin sehr überrascht, was er da schon im zweiten Jahr zustande bringt. 2020 ist wie 2019 ein sehr gutes Jahr gewesen, der Rouen. Und der 20er hat er noch etwas weicher, noch etwas zugänglicher angekriegt. Ich finde es wirklich einen fantastischen Wein. Sehr hochstehender Rouenwein. Also wirklich für jedermann empfehlenswert, der den Kobener ohne Wein sucht, aber jetzt nicht gerade in einer verrückten Preiskategorie. Was sehr beliebt ist bei unseren Kunden, der sich jetzt etwas für Pinot Noir interessiert und keine Angst vor Deutschland haben, ist der Pinot Noir von August Kesserler. Nebendem von Konrad Salwei und Fritz Keller. Und 2018 war ein hervorragendes Jahr und das merkt man auch am Via. Es ist eine überraschend volle Wein für ein Pinot Noir, absolut toll gelungen. Und ich bin am August sehr dankbar, dass er uns eine so eine hochwertige Qualität gemacht hat und trotzdem im Preis extrem bescheiden geblieben ist. Viele Pinot Noir von August Kessler kostet mittlerweile weit über 100 Euro die Flasche. Und er hat da bei uns wirklich eine sehr hohe Qualität gefüllt, weil er einfach auch auf dem Schweizer Markt präsent sein möchte. Und ich habe ihm gesagt, wenn du als Deutscher mit einem 100 Euro Wein Pinot Noir möchtest kommen, kannst du es vergessen, das zahlt ja niemand. Und er hat das zum Glück kapiert und für uns wirklich eine tolle Füllung gemacht. Der 18er ist also wirklich schön. Probieren Sie das einmal nicht mit dem Teuren Burgunder, Sie werden es staunen. Jedes Jahr ein bisschen mehr verkaufen wir vom Villaboa. Das ist ein Albarino, ein Weisswein aus Spanien. Berühmt ist ja der Verdeco Spanien, zu Recht, das ist ein fruchtiger, Sauvignon-ähnlicher Weisswein, der sehr köstlich ist. Und der Albarino, der ist ein wenig zurückhaltender in der Aromatik. Weniger expressiv. Und wenn man ihn auf Anhieb zuerst einmal hat, denkt man, ja das ist noch interessant, aber es haut dann nicht vom Sessel. Und das Interessante ist, wenn man das mit Meeresfrüchten oder Fisch nimmt, dann zeigt der Weisswein seine Größe. Und es gibt kaum einen Weisswein, der wirklich so schön passt zu Meeresfrüchten wie so einem Albarino. Das sehen Sie auch, wenn Sie in Spanien in einem guten Restaurant sind. Dann haben Sie in der Regel viel mehr Albarino als Dekor. Und Spanier trinken in erster Linie Albarino zu einem Meeresfrüchten, weil es einfach besser passt. Und das ist genau so ein schönes Beispiel. Das ist eine der besten Domänen. Und der 21 ist wieder 20 auch sehr gut rausgekommen. Frische, lebendige, attraktive Weisswein. Perfekt. Als Essensbegleiter kann man zum Aperitif nehmen. Tönen Sie nicht zu lange lagen. Ich würde in einem halben Jahr konsumieren. Ein persönliches Hobby von mir sind Weisswein von der Familie Krutzler im Südburgenland. Das sind sehr spezielle Weisswein. Es sind säurebetonte Rotwein, frische Rotwein mit einer ganz speziellen Aromatik. Und das ist wie eine Melodie, die auf Anhieb nicht so eingänglich ist, wo man aber ein bisschen hören muss. Und wenn man es mal erlegt hat, dann ist man Fan davon. Also ich stamm dazu. Ich bin Südburgenländer Fan. Ich finde das etwas Tolles. Und die Familie Krutzler ist der Pionier. Aber das ist jetzt nichts für jemanden, der frisch anfängt Wein zu trinken und relativ unbedarft an das herangeht. Also jemand, der ein rundes, weiches, liebes Weili sucht, ist da am falschen Ort. Aber gerade im Sommer, wenn Sie gerne würzigen, speziellen, frischen Rotwein wollen, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, probieren Sie doch mal einen von diesen Weinen von der Familie Krutzler. Etwas sehr, sehr Schönes. Bestimmt mehrheitlich aus Blaufränkisch. Und die Gegend dort im Süden des Burgenlandes, es ist nur noch eine Stunde bis Graz, ist ein mildes Klima, langer Herbst, aber immer kühle Nächte. Viele Aichenwälder rundherum gibt ganz tolle Weine. Aber es ist ein wenig speziell. Also wenn ich jetzt als Weihändler nur südburgerländische Weine hätte, dann hätte man ein Problem. Das ist wirklich eine Nische. Aber ich empfehle Ihnen mal, probieren Sie diese. Die Selektions-Wanderfüllung ist der Basis-Blaufränkisch, den wir mit ein bisschen vom raren Merlot von der Familie Krutzler getobt haben, um einen noch länger im Fass zu lassen. Und dort bietet so einen Einstieg in die Art von diesen Weinen. Sehr schön, man kann gut trinken, vor allem als Essensbegleiter hervorragend. Dann kommen wir zum alten Weingarten. Das ist eine Rarität. Von dem haben es nur zweieinhalbtausend Flaschen gemacht. Die Räppstöcke sind fast 50 Jahre, einer der besten Räppbergen. Sehr oft landen die Trauben eigentlich im Peerwolf, im besten Wein der Familie Krutzler. Und in dieser Serie ist das schon mein Favorit. Der hat dann die ganz spezielle Würze, die man am Eisenberg im Südburgerland hat. Das wirkt auf Anhieb ein wenig befremdlich, aber ich sage Ihnen, es ist wie eine Melodie, wenn Sie diese mal verstanden haben, dann ist das etwas sehr Schönes. Ein frischer, eleganter Rotwein. Und im Gegensatz zu vielen modernen Weinen, die vielleicht am Anfang sehr zugänglich und freundlich erscheinen und dann plötzlich langweilen, werden Sie hier das Gegenteil feststellen. Je länger Sie haben konsumiert, desto gefälliger und schöner und interessanter wird der Wein. Wunderbarer Tropfen. Der berühmteste und beste Wein vom Kutzler ist der Peerwolf. Ein Kultwein aus Österreich, 100% Blaufränkisch mittlerweile, von den allerbesten Partien. Im Stil sehr ähnlich wie der alte Weingarten. Und wie gesagt, das ist so der Kulminationspunkt vom Blaufränkisch im Südburgenland. Man kann ihn bereits trinken. Würzig, intensiv. Aber ich würde ihn unbedingt noch ein paar Jahre liegen lassen. Da profitiert man sehr davon. Was wir auch nochmal die Leute darauf aufmerksam machen, ist der Sauvignon Blanc vom Tement. Der Ziringa ist sehr beliebt bei unseren Leuten. Das ist der slovenische Teil vom Tement. Das liegt gerade nebenan. Das ist eigentlich ein Rettberg. Und ich habe die Familie gebeten, ein bisschen ein fruchtbetonterer, süffigerer Ziringa zu machen. Und ich kann ihnen versichern, er ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute lieben das. Wenn sie den mal probiert haben, und so wie sie den Blanc gerne haben, sie werden den garantiert wieder bestellen. Fruchtig, frisch, wunderschön. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie bei uns reinschauen. Sie können wie ohne Voranmeldung bei uns probieren. Oder am Telefon beraten wir Sie sehr gerne. Vielen Dank.